Das war doch alles Geld. Ich bin nicht bei mir. Ich hab mich jetzt schon mal zu essen. Ich hab mir gesagt, ja, das ist auch nicht, dass der Zucker unten ist. Dann nehmen wir alle Verpläten weg. Mit den anderen Verpläten schicken. Nein, das kann nicht. Ich hab mich nicht. Ich hab mich nicht. Ich hab mich nicht. Ich hab mich nicht. Das kann ich nicht. Ich hab mich nicht. Ich hab's heute Morgen ein Zimmer ... ...wenn ich zurück aus dem Steckhund Hahn aufgeführt. Kann ich eine Schere-Fähne kommen. Ich hab eine Schere-Fähne gekauft. Ich hab einen Hund, ich dann die ganze Nacht. Später sind die Aufregung der Afgänger aussen. So dicke, die Schwurde haxen. Die Schuhe hab ich. Die zweite Frau hat sich gerüren. Die Schulbahn fest, Kraftwerkbau, Vorrat und Beang. Sie haben sich das bekommen. Die Schnauze haben noch gefällt. Jesus ich hatte. Die hatte ich achten. Ich habe hier ein paar kleine Karten, plötzlich war es kein Zeug, dann hat er diskriminiert. Kein einziges Wort hat die Schwestern gesagt, ich habe das gemacht. Gerade sind sie mit der Unabfall. Das verstehe ich nicht. Nachher haben wir nachgehabt. Ich habe hier über 400 Jahre ver JJ gehoord und er ist ein 6 Prozent. Ich habe hier kein Zeug, das ist nicht. Ja! Ich habe hier ein paar Sprecher jetzt in der Grunde. Die haben noch etwas über die Schwestern gesagt. Die sind die Schwestern gesagt, wir sind uns nicht ein Zeug, aber das sind immergelassen. Die ist auch nicht so Richtig, ich habe den Schwestern gesagt. Alles ist noch der Schwestern gesagt. Weil die Reifen, die sind da nicht. Die sind immer der andere gegen den Ball. Sie haben eine Kuppelstelle am Morgen. Sie sind auch klein. Und wir haben sie sofort gekauft, was sie sind. Die Reifen kommen, die Schaden rein schauen. Die Schaden kommen. Die Breitzen bekommen. Dann kommen wir rein. Die hat die Regen bei den Bordstunden. Die sind immer mehr Kanzler verschuldet. Die haben die Lokkeiten nicht. Die Flügel sind so gut. Die Flügel sind so gut. Die Flügel sind so gut. So ist es gut so. Du musst nicht ohne mich haben. Die Flügel sind so gut. Die Flügel sind so gut. Die Flügel sind so gut. Da steckt man immer auf. Na? Da haben wir das große Lektiv geschrieben. In meiner Augen sind schon eins drauf. Petra hat mir geschickt eine SMS. In meiner Augen sind schon einspült. Jetzt habe ich ein bisschen gedreht. Ich habe eine SMS geschickt. Das ist ja dazu nicht gesehen. Ich habe es selbst live in Wien gesehen. Ich habe den Frieden erzählt. Mail geschickt. Das ist nicht der Röhrer. Ich habe geschaut. Ich weiß schon, wo er ist. Sieht ihr das vor? Ich habe es ja gesehen. Ich habe es ja gesehen. Ich habe es jetzt gesehen. Die Flügel ist so gut. Ich habe es gesehen. In der Flügel ist so gut. Und das ist so gut. Das ist so gut. Auf der Flügel ist so gut. Das war die Flügel. Vielen Dank.